Moin moin meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bokeland Legends und wir wollen hier mal weiter questen. Wir haben ja nochmal Bonis abzugreifen. Guck mal hier, sehr sehr schön. I like it. Dann können wir hier nochmal unser Pferdchen füttern. Ich glaube das reicht aber immer noch nicht um das so weit zu füttern. Alter, da habe ich das gerade mit richtig viel Kohle gefüttert am Ende. So eine Scheiße. Naja, egal. Naja, auf jeden Fall können wir da mal weitermachen. Ja, ich weiß, dass ich euch alle pushen kann. Ihr seid mir echt unsympathisch, dass die mir so auf die Eier geht. So, Receive. Jetzt sollen wir zu Philipp's Sunshine Coast. Ja, hätten wir das auch geklärt. Dann nochmal zu Gouda. Dem Käse. Jetzt wird es wieder gegen Gouda. Krass, der ist ja diesmal richtig heftig, man. So heftig war er sonst nie. Sehr effektiv und war trotzdem scheiße. Er ist Pokémon tot. Sauber. Packe ich nicht. Schon verloren. Na, ich geh mal da mit drauf. Ja, gut. Einen Hyperstrahl kann man mal machen oder was? Dann hauen wir mal die Ulti noch raus. Na, Wasser Pokémon ist keine gute Idee hier gegen zwei Wasser Pokémon. Und der auch nochmal mit der Ulti. Danke. Ja, er hat ja richtig viel abgezogen, Alter. Ist sowieso... Das Ding ist sowieso durch. Jo, danke. War ein schönes Match. Und nicht. Digger, ich verstehe das langsam nicht mehr. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Warum sind die so unglaublich unlogisch stark, Alter? Wollen die mich komplett verarschen oder so? Erst sind die alle die ganze Zeit immer mega easy und jetzt drehen die hier nur noch am Rad oder was? Kommt jetzt das Pay-to-Win raus? Oder was? Oder was soll das für eine Scheiße werden auf einmal? Ganz ehrlich? Mich nervt's. Ich finde ich auch nicht lustig irgendwie sowas. So. Was können wir jetzt sonst noch machen? Achievement. Charakter. Receive. Den Boni haben wir nochmal mitgenommen. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich jetzt zur Zeit verstärken soll, dass ich da dann halt besser bin gegen die. Das hier ist alles Quatsch. Seven Day. Ne, da kann ich auch keinen Boni abgreifen. Das auch nicht. Auch nicht. Hab ich schon. Ah, wir können ja bei dem hier nochmal mitmachen, bei dem Hunt. Bei der Hunt Challenge. Okay, wie stark sind die? Man kann immer voll gar nicht sehen, wie stark die sind, ey. Egal, wir machen da mal mit. Kriegen wir wahrscheinlich wieder auf die Backen, Alter. Guck dir das mal an. Ich habe auch das Gefühl, das ist eher so ein Team-Ding. Also alle zusammen kämpfen gegen die. Und du hilfst quasi nur mit. Weißt du, bist du nur einer von vielen, die dagegen antreten. Cost Damage. Da der Enemy. Support Damage. Rank 2. Äh, Rank 2. Vielleicht war ich jetzt der Zweitbeste gegen den. So, weißt du, was ich meine? Naja, egal. Ich will auf jeden Fall jetzt erstmal was anderes machen. Und zwar... Ne, das ist das hier. Das ist ja das. Was ist das? Ach so, das habe ich auch schon gemacht. Safari. Monster Mist. Ich habe noch drei Tickets. Aber für das andere Areal. Und hier gibt es nur ein Mautzy, was ich noch nicht habe. Was soll ich denn mit dem ganzen Scheiß? Ah, ich fange nochmal... Ich fange nochmal Pokémon einfach nur, um sie in andere reinzustecken. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? So, dann machst du hier. Zack. 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 Und jetzt Pokéball. Hundertprozentige Chance, dass er drin bleibt. Läuft. So, dann haben wir nochmal einen Grimmer. Continue. Haben wir gleich den nächsten. Three. So. Ja, gut. Das war jetzt nicht so geil. Ein Anton. Anton habe ich ja auch schon. Aber Anton hatte ich hier noch nie gesehen. Brauche ja eigentlich noch einen Mautzy. Oh, da ist ein Mautzy. Komm, ich muss da hin. Digga, lauf. Ich will das Mautzy. Gib mir das Mautzy. Ja. So, erstmal das raufschmeißen. Zack. Dann das. Zack. 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 Und jetzt. Nein. Was war das? Ihr müsst mich verarschen. Was? Willst du mich komplett verarschen? Warum habe ich das denn auf einmal verlassen? Das heißt, ich habe zwei Pokébälle umsonst quasi verschenkt. Boah. Willst du das Spiel mich komplett ficken, ey? Warum ich fange jetzt irgendeine Scheiße? Ist mir kackegal. Komm, fang's ein. Ja, leck mich, Alter. Dann halt gleich das nächste. Hier, zack. Bombe. Das. Zack. Zack. Bleib einfach drin, du kleines Drecksvieh. Boah, Junge. Willst du mich verarschen? Nee, die nerven mich gerade. Die nerven mich richtig. Die sollen einfach jetzt drinbleiben. Vorhin hat das doch ausgefunktioniert. Ich habe immer den geworfen. Dann den. Dann den. Dann den. Jetzt habe ich 60%. Scheiß drauf. Ich fange das jetzt halt mit 60%. Ja, endlich mal. Okay. Okay. You have used to capture time. Hä? Jetzt kann man doch nur so viele. Beim letzten Mal war das so, es hat immer nur gezählt, wenn ich das Pokémon auch gefangen habe. Jetzt ist es so, es zählt immer nur, es zählt jeder Ball, den ich, oder jeder versucht, was zu fangen. Was soll das, Alter? Das Spiel muss sich auch mal entscheiden. Es kann doch nicht sein, dass es so und das eine mal so, das andere mal so, ey. Witz. Langsam macht sie mich das Spiel wütend, ey. Egal. So, Improven. Fick dich. Ich klatsche mir jetzt mal eben kurz die Pokémon hoch. Oh, ey. Da muss eins rein. Nimm mal da ein Grimmar rein. Ne. Das hat nochmal ordentlich was gebracht. Jetzt machen wir hier auch nochmal so was. Wenn ich das reinmachen mache, bringt nur so viel. Oh, das würde mehr bringen. Boah, 231. Läuft. Ja, Leute. Ja, I'm pissed, ey. I'm pissed. So. Kann ich hier nochmal mitmachen, oder was? Kann ich dir nochmal helfen? Bin zwar keine Hilfe, aber... Ja, gut. Kack gleich wieder direkt ab, oder was? Ja, läuft. Ja, läuft, Digga. Läuft. Ist okay, Digga. Ist okay. Ich weiß gar nicht, ob man da dann jeden Tag dran teilnehmen kann, oder... Oder ob das dann nur diese 10-Punkte-Dinger gibt, und dann war's das. Boah, ich bin so pissed, Alter. Ich hab so... Mich nervt das so, dass es mittlerweile so... So anstrengend ist. Einfach. Was like? Was like ich denn hier? Wenn ich hier draufgehe? Prozess. Aha. Ja, was hat mir das jetzt gebracht? Naja. Egal. Team umstellen. Change. Zack. Back. So. Noch einmal den Chapter will ich noch einmal probieren hier. Mal gucken, ob das was wird. Mal gucken. Ist das mehr ab? Oder es sieht sogar weniger ab. Okay. Alter. Ja, genau. Jetzt heilt es sich nochmal. Ach, das war nur die eine Welle? Geil. Da haben wir es sogar mit 4 Sternen geschafft. Geil. Super. Geil. Ja, Leute. Das war's dann auch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ach, warte. Wir geben den Crash nochmal an. Ab. So, haben wir das auch erledigt. So. Ja, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wer bis hierhin geschaut hat, der soll mal Hashtag Matze 7, nee, nur Hashtag Matze in die Kommentare ballern. Und dann weiß ich, dass ihr bis zum Schluss geschaut habt und dass ihr mehr davon sehen wollt. Ja. Bleibt stabil. Haut da rein. Und dann weiß ich, dass ihr bis zum Schluss geschaut habt.